Hallo liebe Rennradfreunde, ich bin der Dominik von BH Bikes und ich möchte euch heute unser G8 Disc in der Top-Ausstattung vorstellen. Unser G8 Disc ist ein Aero-Renner, der aber trotzdem einen sehr breiten Einsatzbereich hat. Das heißt, bei der Geometrie haben wir uns an der ausgiebig getesteten Geometrie vom Vorgängermodell G7 orientiert, die es nicht nur austrainierten Radfahrern, sondern auch normalen Hobbysportlern ermöglicht, eben genug Fahrspaß und einen hohen Fahrkomfort auch zu haben. Allerdings haben wir natürlich auch zum Vorgängermodell weiter die aerodynamischen Fähigkeiten vom Rad im Windkanal optimiert. Der Rahmen selbst ist, wie ihr seht, deutlich gesloopt. Der Sitzdom mit der eingeschobenen Sattelstütze bietet seinem Fahrer aber ausreichend Verstellmöglichkeiten, um das Rad an die jeweilige Sitzhöhe anzupassen. Wie bei modernen Aero-Rädern aktuell sind auch beim G8 Disc die Brems- und Schaltzüge komplett integriert. Hier nutzen wir das ACR-System von FSA. Ebenfalls komplett auf Aero getrimmt sind auch die Schnellspanner von den 12mm Steckachsen vorne und hinten, die aber komplett werkzeugfrei zu bedienen sind. Hier haben wir unser Topmodell mit der Dura ASTi2 und den Vision Carbon Laufrädern. Die Zugverlegung läuft hier komplett durch eine Metron-Vorbaulenke-Einheit von FSA. Das G8 gibt es wie hier einmal in der roten Farbkombination. Wer es lieber ein bisschen gedeckter haben möchte, gibt es das aber auch nochmal in einer grau-blauen Farbkombi. Die Dura ASTi2 und die Dura ASTi2 und die Dura ASTi2. Die Dura ASTi2-1915-GV-FSA-Ti2. Untertitelung des ZDF, 2020